Ja, hallo. Mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Geschäftsführer der 4M Marketing GmbH und wir haben uns als Agentur auf E-Commerce und auf die Entwicklung von Online-Shops und Web-Shops mit Magento, mit Shopware spezialisiert. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum ein Workshop? Ich denke, dass viele von euch sich mit dem genannten Spielen sollen wir in den E-Commerce in Zukunft einsteigen. Macht ein Webshop überhaupt Sinn? Und da habe ich festgestellt, dass bei diesen Gedankengängen auch immer wieder das gleiche Prozedere in den Köpfen derjenigen abläuft, die jetzt einen Online-Shop ins Leben rufen wollen. Und wie die meisten von euch wissen, bin ich ja auch als Professor tätig an unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten. Und ich habe gemeinsam mit Kollegen, habe ich genau zu diesem Problem ein Modell entwickelt. Wir nennen es 360-Grad-Omni-Channel, ein holistisches Betrachtungsmodell mit unterschiedlichen Betrachtungsebenen für den E-Commerce. Das Prozedere, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist leider immer das Gleiche. Ein Webshop muss her. Jetzt wird die ganze Energie da hineingesteckt, den Webshop erst mal zu überlegen, welche Technik, welchen Webshop suchen wir, nehmen wir Magento, nehmen wir Shopware, Shopware ist im Kommen, soll es doch noch mit Magento sein, etc., etc. Die gleichen Gedanken laufen auch bei einem Relaunch ab. Das Problem ist nur, dass die ganze Energie wird jetzt hineingesteckt in den Shop und später, wenn der Shop online ist, stellt man fest, dass man eigentlich kein Geld mehr hat, den Shop zu bewerben. Man hat strategisch falsch geplant und wundert sich, dass dann niemand kommt, dass kein Besucher auf den Shop kommt. Und ja, dann sind alle enttäuscht und traurig und man hat viel Geld versenkt. Und aus diesem Grund bieten wir gemeinsam mit meinen Partnern einen Workshop an, der sich genau mit diesen strategischen Fragen beschäftigt. Und damit solltet ihr eigentlich erst beginnen. Also bevor ihr wild in einen Online-Shop investiert, fangt einfach mal strategisch an zu denken und strategisch zu planen. Das heißt, stellt den Kunden ins Zentrum. Ich weiß, das ist ein Spruch, wie man sagt immer, ja, Kunde im Zentrum machen wir, tun wir ja. Aber wenn man das dann in der Praxis sieht, merkt man, dass das leider oftmals eben nicht der Fall ist. Also denkt vom Kunden weg, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf hat der Kunden, was will der Kunde überhaupt und macht es überhaupt Sinn, eure Angebote, eure Produkte dann online diesem Kunden anzubieten. Und wenn ihr das mal durchspielt, ja, und das werden wir in diesem Workshop tun, dann stellt ihr überhaupt fest, ob es überhaupt Sinn macht, online zu gehen. Und wenn ihr euch das anschaut, wir haben diesen Prozess in drei große Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich, den haben wir genannt, Angebot und Präsentation. Also, welche Produkte, mit welchen Produkten wollt ihr überhaupt online gehen? Welche Produkte wollt ihr im Sortiment haben? Welchen Verkaufskanal wollt ihr nützen? Geht ihr jetzt nur online oder geht ihr online und offline? Macht ihr beides? Seid ihr ein Pure Player? Oder was macht ihr überhaupt? Also habt ihr einen Verkaufskanal nach wie vor offline, zusätzlich online? Und diese beiden Dinge müssen auf einer strategischen Ebene abgestimmt werden. Denn offline und online kann natürlich auch extreme Kanalkonflikte in bestehenden Systemen auslösen, die ihr bitte schon am Anfang abklären sollt. Dann muss man sich Gedanken machen, welche Services und welche Preise und Zahlungsarten wollt ihr denn eigentlich dann in euren Shop aufnehmen? Also nochmal, nachdem ihr strategisch geplant habt, nachdem ihr festgestellt habt, was sind denn die Bedürfnisse des Kunden, was will der eigentlich? Dann geht in den grünen Bereich und überlegt euch, welche Produkte, welche Verkaufskanäle mit welchen Services und welche Preise und welche Zahlungsarten wollen wir anbieten. Nächster Punkt. Schaut euch die Infrastruktur an. Noch bevor ihr euch für eine technische Lösung, also Shopware oder Magento entscheidet, überlegt euch eure eigene Infrastruktur. Welche Rollen und Verantwortlichkeiten gibt es denn in eurer Organisation? Sind die Mitarbeiter überhaupt fähig, jetzt in einen Online-Shop einzusteigen? Die können, die mögen aus dem Handel kommen, nur einen Online-Shop zu betreiben. Dazu gehören andere Gesichtspunkte und andere Anforderungen, als das der reine stationäre Handel bis jetzt eben gefordert hat. Also überlegt euch, haben wir die Leute, wen brauchen wir, wen müssen wir einstellen, um einen Online-Shop zu betreiben? Welche Mitarbeiter? Wie können wir die Mitarbeiter schulen? Müssen wir neue Mitarbeiter einstellen? Und, 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 und. Also denkt diese Punkte durch, bevor ihr in diesen Online-Shop investiert. Nächster Punkt, nochmal, HR. Also ist, in euren eigenen Unternehmen habt ihr in euren Reihen Menschen, die online denken können. Menschen, die einen Online-Shop befüllen können. Menschen, die texten können. Etc. Etc. Dann habt ihr die richtigen Systeme. Okay, jetzt an dieser Stelle, wenn man strategisch weiß, welche Produkte, wie viele Produkte, was soll alles passieren, jetzt kann man im nächsten Schritt sie vielleicht dann annähern und kann sagen, okay, jetzt bietet sich Shopware an als deutsches System oder jetzt bietet sich Magento an, weil das und das und das gefordert ist. Also diktiert nicht, fangt nicht, zäugt das Pferd nicht von hinten an und fangt mit irgendeiner Shop-Lösung an, sondern überlegt euch eben strategisch, was wollen wir, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen und die technische Lösung kommt dann an der letzten oder an der vorletzten Stelle, bevor ihr wirklich aktiv werdet und ihr müsst eure Prozesse, eure Einkaufsprozesse, wie der Shop entliegen werden soll, auch das Beschwerdemanagement, all diese Dinge sollten schon im Vorfeld beachtet werden. Ganz, ganz wichtig. Und dann der wichtigste Teil, ich habe ja gesagt, der Kunde steht im Zentrum und so solltet ihr auch anfangen. Der wichtigste Teil ist dann das Kundenerlebnis. Ihr wollt ja verkaufen, ihr wollt Verkaufsgespräche online führen, ihr wollt, dass euer Shop verkauft und hier bitte versucht erstmal herauszufinden, erstens, was will der Kunde, welche Bedürfnisse hat der Kunde und ihr müsst euch Gedanken machen in der Online-Welt über die Customer Journey. Woher kommt der Kunde, welche Wege geht er von der Informationsphase über die Kaufphase und in der Nachbetreuungsphase und welche Kundenkontaktpunkte habt ihr bisher und müsst ihr in Zukunft aufbauen, um mit einer speziellen Bedarfsgruppe überhaupt in die Kommunikation treten zu können und dieser Bedarfsgruppe entsprechende Lösungen anzuwenden. Ja, die Kommunikation werblich und informativ, auch hier, hier haben wir das ganze Thema Online-Marketing, was euch dann wieder natürlich bei den Rollen und Verantwortlichkeiten ganz, 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 ganz massiv treffen wird. Habt ihr in eurem Unternehmen Menschen, Personen, die in der Lage sind, das Online-Marketing-Spiel auf diesem neuen Spielfeld zu spielen? Und ihr werdet sehen, es geht hier darum, gefunden zu werden. Findet man euren Shop überhaupt? Dass ihr genügend Dialogpotenziale ausnützt? Euer Content muss eine spezielle Qualität haben. Auch wenn man sich die Shops anschaut, die so unterwegs sind, es ist ein Kraus. Die gleichen Bilder vom Hersteller, die gleichen Texte vom Hersteller. Was soll ein Suchsystem und was soll ein Mensch sich angucken, wenn er überall das Gleiche liest und das Gleiche praktisch präsentiert bekommt? Das hat mit Verkaufen, mit emotionalem Verkaufen eigentlich gar nichts am Hut. Also ihr seht, und ganz, ganz wichtig, dann eben auch die Kundenbindung, weil es ist ja nicht damit getan, einmal einen Kunden auf den Online-Shop zu bringen, sondern dann eben, was können wir zu dem Thema Kundenbindung machen, welche können wir Boni geben, können wir Rabatte machen, können wir neue Kundeninformationen, wie können wir die an den Bank bringen, etc. Also ihr seht schon hier ein kleines Modell und dieses kleine Modell gehen wir in einem Eintages-Workshop mit euch durch. Der Workshop ist vorbereitet, das heißt, ihr gebt uns eure Informationen, was ihr jetzt schon habt, wo ihr hinwollt. Wir tun den Workshop ordentlich vorbereiten, treffen uns zu einem ausgemachten, vereinbarten Termin und werden dann mal mit dieser holistischen Ansicht, mit diesen unterschiedlichen Betrachtungsebenen, Angebot und Präsentation, Infrastruktur und Kundenerlebnis, werden wir euer Vorhaben einfach prüfen und gemeinsam diskutieren. Und am Ende des Workshops wissen wir auch, welche technologischen Systeme, also welche Shop-Software für euer Vorhaben eigentlich das geeignetste ist und dann können wir auch später nach diesem Tag euch einen ordentlichen Preis nennen, was dieses Vorhaben, gut besprochen mit euch, unter dem Strich dann wirklich kosten wird. Und wir können auf Basis von so einem Workshop euch einen guten Kostenvoranschlag, einen groben Voranschlag geben, auf den wir uns dann später auch wirklich einschießen können. Solltet ihr nach diesem Workshop-Tag feststellen, dass ihr nicht mit uns arbeiten wollt, was natürlich jederzeit passieren kann, dann habt ihr zumindest die Ergebnisse dieses Workshops und ihr könnt dann eben auch gezielt bei anderen Agenturen und bei anderen Partnern anfragen, was denn ein bestimmtes Shop-System mit welchem Umfang woanders kosten würde und wie lange es dauert, bis man von der ersten Idee bis zur Realisation diesen Workshop dann online stellen kann. Ein Tipp noch zum Schluss, überlegt euch strategisch einzusteigen und wenn ihr noch keinen Shop habt, wenn ihr noch überhaupt keinen Shop habt, dann überlegt euch bitte, ob ihr nicht im Sinne des Prototyping mal ankestet und mit Blick auf die Kunden ist da ein Bedarf vorhanden, was brauchen die Kunden, was wünschen die Kunden, habt ihr passende Produkte, habt ihr passende Sortimente, habt ihr passende Lösungen dazu und dann kann man im Kleinen mal einen Prototypen aufbauen und testen. Denn was im Kleinen nicht funktioniert, mit guten Produkten, die wirklich, wo ihr glaubt, die sind wirklich, die werden gefordert, die werden gebraucht, was im Kleinen nicht funktioniert, wird dann auch im großen Stil auch nicht funktionieren. Und deswegen mein Tipp, überlegt euch, ob man nicht mit Prototyping in dieses Feld einsteigen kann. Und ja, die gleiche Vorgehensweise würden wir euch empfehlen, wenn ihr einen Relaunch von einem älteren Shop macht und sagt, wir wollen den jetzt endlich mal auf eine andere Ebene setzen. Und auch hier bei den Prozessen und auch bei den Rollen und Verantwortlichkeiten werden wir natürlich auf unterschiedliche Prozesse eingehen, zum Beispiel die Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem. Schnittstellen sind heiklig und sind im Vorfeld zu beachten und zu besprechen. Die Warenwirtschaft, die verwendet wird, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann eben der Shop, der technologische Shop, der dann ausgesucht wird. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht derartige Vorhaben habt. Versucht einfach mal, kommt auf unsere Webseite, schaut an, was ich an der Universität mit meinen Kollegen entwickelt habe. Macht den Workshop mit, der ist nicht allzu teuer, er ist vorbereitet. Und ja, dann werdet ihr sicherstellen, dass ihr es von Anfang an gleich richtig macht und dass euer Online-Job eben auch erfolgreich sein wird. Ihr könnt mich gerne auch persönlich anrufen. Meine Handynummer ist 0171 358 2159. Mein Name ist Karl-Peter Fischer und ich bin von der 4M-Agentur im Münchner Westen. Die Adressen werde ich unten noch einspielen. Und ich habe euch einen Link auf unsere Landingpage. Da ist dieser Workshop nochmal genau beschrieben. Da könnt ihr euch detailliert anschauen nochmal. Was sind denn die Bestandteile, die wir dann hier machen werden? Und ihr könnt mich dann gerne anrufen und wir können gerne einen Termin ausmachen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Vorhaben und viel Erfolg. Und es würde mich freuen, von euch zu hören. Danke, euer Peter. Tschüss.